Dobar dan! Hier ist wieder Annika Senger von Kroatienliebe. Ich mache heute einen Ausflug durch den südlichsten Zipfel von Mitteldalmatien und jetzt habe ich hier etwas ganz besonderes, den Ausblick auf die Bacina sehen. Da sind sie. Heute begleitet mich der Ante, ein Reiseführer aus Makarska, der auf Bergwanderung spezialisiert ist. Ich stelle ihn euch mal vor. Hallo Ante, magst du dich meiner Community vorstellen? Hallo! Ja, Ante ist etwas schüchtern, spricht aber auch Deutsch. Das hier ist ein alter römischer Friedhof im Ort Bacina. Das hier ist ein alter Römischer Friedhof im Ort Bacina. Das hier ist ein alter Römischer Friedhof. Das hier ist ein alter chiliにな. Das hier ist ein alter Römischer Friedhof. Und der Römischer Friedhof ist ein alter Römisch r organised. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also wenn ihr mein Video gesehen habt auf dem anderen Kanal, da war ich ja in Risan in Montenegro und da gibt es auch ein schönes römisches Mosaik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020